Der ist ziemlich weit am Anfang. Irgendwo... Da ist er. Jetzt schauen wir, dass da vielleicht was... Ach, das ist... Ja, das ist falsch. Wir brauchen die. Ich glaube, ich habe noch welche hergestellt gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich damit auskomme. Kann knapp werden. Muss es aber nicht ganz. Ich brauche noch... Fassaden dafür. Machen wir gleich zu, denn ich muss hier nichts mehr langlegen. Kein Wasser, kein Strom, nichts. Gar nichts. Hier ist die Frage, aber hier können wir was gerne zumachen. Hier auf jeden Fall. Okay, Strom, 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 Strom. Ich glaube, dass ich da hinten alles aufhören kann. Eventuell eine kleine Bank, aber... Ich habe ja eigentlich genug Strom von der Seite. Ja, Katsu. Kann sie doch herstellen. Leise Musik. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen schöne Laute. Nein, das Laute nicht. Aber wir wollen mal ein bisschen Musik haben schon. Dann damit ins... Ne, nicht Extraction, sondern ins Insert. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was herstellen. Einmal die. Mal sagen können. Das kriegst du da als Rezept. Das kriegst du hier als Rezept. Dankeschön. Einmal bitte herstellen. Okay. Mache ich das mal schon mal als fertig. Vielleicht noch so ein Ding da hinten. Aber... Hier ist Zentrale. Also müssen wir nicht da hinten auch noch so ein Ding haben. Die war ja damals für alle geplant. Sowas herzustellen. Okay, wir müssen jetzt... dem sagen... Da da... Achtere rauskommen. Und wenn wir... die so setzen... kommen da vier... Webars aus. Das sind die Grunde. Ich brauche nicht so Hightech-Schienen. Das reicht. Normale, einfache Schienen. Vielleicht noch eine zweite Version. Also dass es etwas schneller geht. Ist aber nicht geplant. Das sage ich euch gleich. Ich will was Schlichtes, Einfaches... und zu verstehen haben. Muss ja nichts übertreiben hier. Okay. Rezepte. Die brauchen wir wohl eher weniger. Zäune. Was haben wir hier noch? Electric Studyingware... Ne, die brauchen wir glaube ich auch nicht. Was profitiert denn eventuell? Dafür... Nö. Ich glaube das meiste haben wir. Advanced Whales sind es hier noch. Das sind HS Whales. Das sind die noch. Infos. Die könnte man vielleicht noch... Advanced. Ja. Das heißt wir brauchen jetzt erst Whales. We brauchen Whales. nicht mehr. Das ist dann. Und... ... ... ... ... ... ... dass er einspielen kann oh ja 23 23 ja damit dankeschön auch noch im eheanschluss das kriegen wir hin jetzt haben wir wieder genug 20 bled 자기 vieles aus der noch 8 oder glaube ich gerecht mein Gott, da kann man immer raus anschließen. Äh, falsch. Der weg. Achte werden da raus, wenn nicht... ...die verbinde. Und die... ...dann werden da acht Stück raus. Oh, in der Tat. Das da rein, das da rein, das da rein. Ähm... Ich würde gleich... Ich brauche noch... ...ein Import. Und ich muss ja ins System importieren. Kabel habe ich noch. Da. Weil dann würde ich jetzt gleich... ...den ersten Test machen. Einmal das herzustellen. Natürlich mit den ersten herzustellen. Dann mit den zweiten zu Beginn, das ich nachher im Moment habe. Acht. Vier. Fünf. Wenn ich das einmal habe, dann ist das okay. Ähm... Das ist blöd. Führt mir gerade mal so ein. So ist mir lieber... ...eine... ...insert. Okay. Plan steht auf jeden Fall so fest. Importieren. Den mit dem verbinden. Und den schön von oben anschließen. Okay. Das muss ich nachher im Moment haben. Wenn ich einmal alles machen will. Schauen wir mal in unsere Rezeptkiste jetzt. Da haben wir sie. Einmal. 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 Und... Einmal. Ich bin jetzt echt gespannt. Gucken. Er weiß, dass er so machen muss, aber... Ich glaube, die Item sind da nicht rein. Das ist gar nicht gut. Online sind die Kanäle. Wie kann man das denn automatisieren? Die man das über eine Kiste macht? Warte mal, ich würde die nochmal canceln. Cancel. Cancel. Oder Dancel Washington. Ich weiß, meine schlechten Witze. Okay. Neues Glück. Ich hole mal eine Chest. Okay. Komm, komm. Also, wir brauchen... eine Chest. Dann nehmen wir eine davon. Ich packe das mal ein. Weil sonst braucht das viel zu viel Platz. Und dann brauche ich einen... Ja, was das blöde ist, weil... wenn ich mal ein Item erstelle, dann muss ich ja draufklicken. Wenn sie fragen, ob es... was das hinkriegt. Das ist mein Problem. Also, ich glaube nicht, dass das mit der Kiste ein Problem ist. Also, dass sie das... zu checkt. Ich will nur gucken, dass er das hinkriegt. Fangen wir mit einem an. So, jetzt hat er drei hier reingepackt. Jetzt muss er nur... das in die reinpumpen. Und hier fängt es schon an. Er weiß ja, der Rezept rein voll gar nicht. Sieht an. Für jeden Ding so einen herstellen. So, wenn wir jetzt hier... Iron hätten. Zwei, drei. Und dem sagen jetzt, komm... Achte mal bitte. Jetzt gucken. Na, wird's was? Müsste von den Dingen jetzt acht, die wir mit haben. Also, Mi-Bars. Okay, achte. Bestell mal bitte nochmal welche her. Das würde mich jetzt interessieren. Funktioniert das? Muss ich mir Wohling-Bars aufbauen. Na, Moment. Komm gleich. Okay. Oh, das dauert... Das ist natürlich jetzt... eine harte Nuss. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin, ist kein Problem. Iron. Wir brauchen ein bisschen... Wir brauchen ein bisschen... Gold. Wir brauchen... Whetstone. Dann brauchen wir natürlich mehr Interfaces. Das heißt, jedes Ding bekommt ein eigenes Interface. Das heißt, wir brauchen... Chest nochmal... Zwei Stück. Wir müssen... ein Interface bauen. Von den schon wieder... Warum hab ich von den einfach so weniger? Zehn Stück. Eins... Zwei Interface. Wir bauen schon ein... Viertes vor... und Fünftes als Ersatz. Oh, ich seh grad auf der Folge. Stunde 15 wieder. Alles klar. Ich mach kurz Cut. Dass ich wieder passende Folgen zum Schneiden habe. Denn manchmal bei 2 Stunden, 3 Stunden Aufnahme... Entweder geht's kaputt. Oder ich muss 3, 4, 5 mal rendern. Das ist echt blöd. Deswegen rendere ich kurz. Und sehen uns gleich sofort wieder. Beziehungsweise ich mach nur einen Cut. Und dann sind wir gleich wieder da.